Das Lukas-Evangelium ist das Evangelium der Freude. Von Lukas, dem geliebten Arzt, wie Paulus ihn nennt, erhielten wir ein kostbares Evangelium. Legt Matthäus in seinem Evangelium den Schwerpunkt auf Jesus als die Erfüllung aller alttestamentlichen Verheißungen, so stellt Lukas uns Jesus als einen Arzt vor Augen, der heilt, aber vor allem der das kranke Herz des Menschen durch die Liebe Gottes gesund werden lässt. Lukas zeigt uns Jesus als den Retter der Welt. Wer das Lukas-Evangelium aufmerksam studiert, dem wird auffallen, dass Lukas so lebendig von Jesus schreibt, als ob er selbst dabei gewesen ist. Doch Lukas war kein Jünger von Jesus, kam erst später zum Glauben an Christus, doch er erforschte die Berichte der Augenzeugen so genau, dass es kaum auffällt, dass hier jemand nur die vorliegenden Manuskripte und Berichte reflektiert. Lukas sieht alles durch die Brille eines Arztes. Die Welt ist eine kranke und kaputte Welt. Sie braucht Heilung, die sie nur durch Jesus Christus erfahren kann. Lukas ist auch der Evangelist des Alltags und des Weges. Immer wieder berichtet er von Jesus, wie er auf dem Weg ist und immer wieder stehen bleibt, um sich dem Menschen bewusst zuzuwenden und sich dann wieder zurückzieht, um zu beten. Lukas zeigt uns auch, dass bei Jesus jeder eingeladen ist. Wir begegnen in seinem Evangelium die Kinder, die Sünder, die Aussätzigen, die Frauen, die Verstoßenen. Das Evangelium von Dr. Lukas über den größten Arzt der Welt, Jesus Christus, stellt das gesamte Rettungsprogramm von Jesus auf zwei Fundamente. Es sind zwei kleine Signalwörter, die Lukas häufig gebraucht. Es sind die Begriffe Heute und Freude. Immer wieder betont Lukas in seinem Evangelium, dass heute die Rettung durch Jesus geschehen kann, die dann wiederum große Freude aufbrechen lässt. Kommen wir zu diesem kleinen Signalwort Heute. Bei Lukas fängt es schon mit der Weihnachtsgeschichte an. Der Engel verkündigt den Hirten auf den Feldern von Bethlehem, Euch ist heute der Heiland geboren. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, liest er in einer Synagoge aus dem Propheten Jesaja vor und sagt, Heute hat sich diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Als Jesus Wunder tut, sind die Menschen sprachlos und sprechen, Heute haben wir Unglaubliches gesehen. Als Jesus bei dem Zöllner Zacchaeus einkehrt, sagt Jesus, Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Am Kreuz ruft einer der Schächer, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Darauf antwortet Jesus ihm, Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute ist der entscheidende Moment deines und meines Lebens. Es geht immer um das Heute. Heute ist nicht Schnee von gestern, nicht der Rückblick auf das Vergangene. Heute ist auch nicht die Vertröstung auf das Morgen. Das kleine Signalwort Heute im Lukas-Evangelium will sagen, das Evangelium von Jesus Christus ist höchst aktuell. Es gilt heute. Heute kannst auch du Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Durch diese Betonung von Heute sehen wir deutlich, dass Lukas Evangelist ist. Er schreibt nicht nur die Geschichten von Jesus auf, sondern er verbindet sie mit diesem Appell, dass heute die Möglichkeit besteht, diesen Jesus zu begegnen. Doch nach dem Heute folgt die Freude. Wer freut sich im Lukas-Evangelium? Lukas lässt uns diesen Ton der Freude immer wieder hören, wenn wir sein Evangelium lesen. Da ist Freude im Dienst für den Herrn. Denn als die 70 nach ihrer Aussendung zu Jesus kommen und berichten, heißt es, dass sie mit Freuden zurückkamen und Jesus erzählten, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Lukas Kapitel 10 Vers 17 Jesus will aber noch eine viel stärkere Freude in ihnen fördern, die nicht von Zeichen und Wunder abhängig ist, sondern in dem Wissen verankert ist, dass ihre Namen im Himmel angeschrieben sind. Darüber freut euch viel mehr, sagt ihnen Jesus. Genau in dieser Stunde frohlockte Jesus. Lukas Kapitel 10 Vers 21 Jesus erfreut sich an der souveränen Gnade des Vaters, die den Einfachen, ja den Unmündigen, segnet und erhöht. Immer dann, wenn Menschen ihr Leben Jesus Christus zuwenden, ja wenn ein Sünder Buße tut, ist Freude im Himmel bei den Engeln. Diese himmlische Freude über einen geretteten Menschen durchzieht das gesamte 15. Kapitel des Lukas Evangeliums. Wenn verlorene Menschen gefunden werden, bricht der Himmel in Jubel aus. Dieser Grundton der Freude spielt immer im Hintergrund mit, wenn wir das Evangelium des Lukas betrachten. Auch nach der Himmelfahrt lesen wir nur im Lukas Evangelium, dass die Jünger mit Freude nach Jerusalem zurückkehrten und zuversichtlich in die Zukunft schauten. Lukas führt diese Freude weiter fort in seinem zweiten Werk der Apostelgeschichte. Gerade hier wird die Freude noch intensiver und deutlicher. Die Gemeinde der ersten Christen ist eine Gemeinschaft der Freude, die in Christus verwurzelt ist. Da lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 46, Als der Gefängnisaufseher nach der Erdbebenerfahrung die wahren Zusammenhänge der geistlichen Welt erkennt und sich im rettenden Glauben an Christus zuwendet, fügt Lukas noch an, er freute sich, dass er mit seinem ganzen Hause an Gott gläubig geworden war. Apostelgeschichte 16 Vers 34 Freude am Christsein, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Heute darf Freude aufbrechen, auch in deinem Leben, wenn du auf Jesus schaust und ihm dein Leben schenkst. Christen haben Grund genug zur Freude. Gott will nicht saure Minen, sondern strahlende Gesichter, die diese Freude im Herzen ausstrahlen und bekennen. Wir haben Jesus, den Retter des Lebens, kennengelernt. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, so sagt es der Apostel Paulus. Genau das sehen wir bei Lukas in der Apostelgeschichte. Da, wo Gottes Geist wirkt, bricht sich die Freude Bahn. Wollen wir uns nicht wieder neu mit dem Geist der Freude füllen lassen? Wir dürfen uns heute fragen, was wird das Heute mit sich bringen? Wo höre ich heute die Stimme meines Herrn? Wo begegne ich ihm heute? Wo ereignet sich heute bei mir etwas von dieser Freude des Evangeliums? Und wo kann ich für andere ein Freudenbote für Jesus sein? Gott segne dich mit dieser Freude heute. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!